Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. McLaren hat vor seinem Heim Grand Prix die beiden Fahrer für die neue Saison 2020 bestätigt. Das britische Traditionsteam setzt weiterhin auf Carlos Sainz und Lennon Norris. Zurzeit sind die Briten best of the rest für Renault. Der Abstand beträgt mittlerweile 20 Punkte. Laut dem Team leisten die beiden einen echten Beitrag zum Aufwärtstrend bei McLaren. Apropos Heim Grand Prix. Gestern wurde ein neuer Vertrag für den Großbritannien Grand Prix aufgesetzt und vom Formel 1 Management, dem British Racing Drivers Club und dem Streckenbetreiber unterschrieben. Bis einschließlich 2024 wird die Formel 1 in Silverstone zu Gast sein. Als Begründung nennt Formel 1-Boss Chase Carey die Wurzeln des Sports, die in England ihren Ursprung hat. Wir bleiben immer noch in Silverstone. Letztes Jahr wurde die dritte DRS-Zone auf Startziel bis Kurve 3 errichtet. Leider gab es dadurch aber auch zwei Unfälle von Marcus Eriksson und Romain Grosjean. Die 4 hat jetzt bekannt gegeben, dass diese DRS-Zone herausgenommen wird. Sie wurde letztes Jahr eingerichtet, um Überholmöglichkeiten auf dem knapp 5,9 Kilometer langen Kurs zu verbessern. Da aber einige Autos nicht genug Abtrieb hatten, konnten sie nicht mit geöffneten Flügeln durch die Kurven Abbey und Farm fahren. Frage an euch. Hat die 4 richtig gehandelt? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich freue mich sowohl für die beiden McLaren-Fahrer, da sie sich die Vertragsverlängerung wirklich verdient haben, als auch für Silverstone, da sie bis einschließlich 2024 im Kalender bleiben dürfen. Meiner Meinung nach könnte man doch die dritte DRS-Zone woanders installieren. Einzige Möglichkeit wäre auf der ehemaligen Startzielgeraden zwischen Woodcourt und Cops. Oder etwa nicht? Kommen wir zum Community-Kommentar. Patrick Schindler hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Sollte Vettel seine Saison aus welchen unwahrscheinlichen Gründen auch immer an den Nagel hängen, könntest du ihn dir als Sky-Experte vorstellen? Die Emotion wäre ja da, das habe man ja in Kanada gesehen. Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nicht einmal ansatzweise Gedanken gemacht, aber ich gebe diese Frage gerne mal an euch weiter. Stimmt mal oben rechts in der Infokarte bitte ab. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.